Jo, ich bin jetzt nur so ein bisschen ruhig, weil ich muss ja die Röhre richtig auseinanderkacken. Ja! So! Ja, ich weiß auch nicht, was da los ist! Jo! Mein Gott! Hm, ich weiß mehr was! Jo! 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 also im haupt im hauptkartier was sehen das glaube ich im hauptkartier aus immer da so auf jeden fall was muss ich mal ein quest stadtbericht mara team wagen auf und galt weil er auf und gar ist hier links irgendwo bei der lo drin sie geht er kommt direkt über die uns geplant hat hat sich als nützlicher wiesen wir haben gerade die ergebnisse der test zurückbekommen und einige werte sind beunregen eine ungewöhnliche konzentration unbekannte energie wurde im wasser gefunden die ergebnisse deuten darauf hin dass sie stark genug sie ist sogar größere tier und pflanzen zu beeinflussen und noch während wir sprechen bereitet sich die infektion in geist gelten aus der dort auch infizierte pflanzen gefunden würden welche die krankheit verbreiten sie gewählte uns eine hilfe und reichen naja ich habe jemand zwei hände habe nur eine übrig diese bedrohung an ihn bewerben können welche proben weisen auf eine infektion im westlichen teil von geist garten ihn du musst die infizierten pflanzen finden und ausbrechen nutze deine anal lüse ausgezeichnet du bist für diese arbeit perfekt geeignet da bin ich mir sicher war was jetzt wir wissen noch nicht wie die infektion sich zunächst vorbereitet hat aber du könntest mit die ausführung die die nun und lege der infektion beginnend es gab diverse sichtungen von infizierten er gibt die im westlichen geist garten im westlichen was das für eine grammatik es scheint ist sie sich in der nähe von vorsche verstecken d das die ist es ist scheiße ist die will sie den boden mit ihrer infizierenden krankheit durchdrehen können mit deinen sinnen solltest du sie aber aus dem fehne entdecken können indem du die sieke eine lüse nutzt bitte beeil dich und kümmere dich darum wir werden in der zwischenzeit versuchen die Quelle die problem zu finden ja kann ich nicht kann ich nicht wo an die komische all was passiert was mit wo wo ich mit dem christ witziger als ich meine wald land ab und gar nicht kreisgärtner ach so nur dann was die sehr die sieben sie müssen um Prozent Klo ist Klo ist die Räuze Mecklen enthält worden überrasse mit bobby das hier ruckelt gerade gott also in näher egal wir haben hier an die fortschritte mit dank die die experten vor ort müssen nur herausfinden wie wir dürfen aber es ist bloß eine frage der zahl und stehst du okay wie hört sich das an wie wird wie wir die sind ein wenig zusammen keine Ahnung was ich aufhalten soll ich würde dann ein Auftrag im Quest-Hub eintragen lassen ich hoffe wir sehen uns wieder die weit lang aber gehabt haben eine bildungsstecke in einer kürle um und eigentlich vorbilder von vorbereitungsgeräten verteidigungsgeräte vorbeite um viele kürbel die wir fernzuhalten unter einem dich menschen schnecken manchmal willensetische jetzt brauchen sie nur noch einen sieger um diese zu bedienen hatten sie ja schon gut du hast die fahrtäcker die lange genug verteidigt um eine michelöse türen freizulehen demnach kann die erkundung vorgelesen ehrt halb red snap er geht und lefk z zu lieben ja als sieger ich war ach so ach vergiss es was sie kann schön dich zu sehen immer noch an der tempos kam ich zu sein mhm äh ich weiß nicht was ich habe natürlich bist du das sehe ich doch in den augen der und wir haben an die 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 rechtschreibung kontrolliert ist einer überhaupt nicht wie der rechtschreibkontrolleur hier wir haben natürlich neustrein als er hat die also wenn ihr auf meine tastatur schaue ja erst p liegt zwei reihen über m also übern n in dann ist eine haare oben auf den nächsten reihen auch noch übernöse t so dicht nebeneinander legen die taschen auch nicht dass du nur ichkeit dass du das themen an n hier vertippen kannst dass ihr vertauschen kannst irgendwie also nahe liegen die auch nicht bei den zweckas nebeneinander legen und so gut kann passieren aber ist es wie mit lümmel und kümmel weil das k und das ell nebeneinander legen aber das hier nee ganz ehrlich das kann doch nur absicht sein ja hauptsache die tilden kommen hier nicht mehr vor diese tilden ja öh wir haben natürlich keinen für dich ich werde den fehler nicht melden das müssen andere leute machen die tür ist ja nicht offen echt so schnell oder wir sind kurz vor uns mit dem energiestrom durch den hinterlegenen tempel zu verbinden Und aber dafür brauchen wir wieder jemanden, der defensiv verleitet. Zu dir, ich meine anderen. Wie schallt's aus? Hast du Platz in deinem Zeitpunkt? Die Bergung der Wortland-Erwohnt-Gärt ist vorangeschritten. Jetzt. Genau jetzt und nicht später, nach wie vorher, sondern genau jetzt. Merk ich jetzt. In genau dieser Sekunde. Jetzt brauchen sie erneut, Schäfe, die Verteidigungsanlagen zubedienen, damit das Geheimnis der Bürgermeister und des Tempels enthüllt werden kann. Beklebt die Schmuddelgrotte im ruhigen Garten, in Gaiusgarten, also in Garten, in Gaiusgarten, ruhigen Garten, Garten Eden. Und geht durch die Tür. Schmuddelgrotte, liegen wahrscheinlich ein paar Pornohäfte irgendwo, das heißt deswegen so. So. Ah, zufällig, wie immer, hoffen wir mal, dass das auch für die Technik gilt, die du wieder nutzt. Welche Technik? Das Abwehrsystem vom letzten Mal hat ein kleines Abwehrbegriff bekommen, sollte aber kein Vergleich zu sein. Schockenbildet, ne? Hm. Geht durch die Schmuddelgrotte im Rönger, dort und im Sack und dort durch die Tür ins Innere. Es sind bereits ein paar Kollegen dort, die über die Details teilen. Okay. Hm. Bye. Ja. So stellen sich Männer Frauen vor. Naiv und leicht bekömmlich. Hm. So. Ich hätte jetzt Lust auf einen Keks. Tu ich aber nicht, weil ich muss ja jetzt erstmal was machen. Also, ich bin hier nicht richtig. Äh, woher ich mir gedacht habe. Muss wieder ein paar Kilometer nach unten latschen. Also, guck mal, mach mal so Stressabbau. So. 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 Oh, yeah. Oh. Äh. Äh, was, was? Hä? Ach so. Was sind diese komischen Kackpflanzen hier? Was muss ich mir eigentlich machen, damit ich... ... ... ... ... ... teleporter pflanzen hier ich will auch rum für immer das trotzdem ich kann so dass ich mehr oder weniger pseudo überpowered bin ja dann muss ich wahrscheinlich eine bestimmte anzahl von wichsern freischalten damit ich nur uns ich wollte nicht hier muss diese komischen amperichs hier irgendwo unten das hat nach rio sohn des ostens und in die fuhr alf bauer aus allen meisten stahlen geboren dient der reise öffel als fütter über den großen kontakt und die ahnen richter er testet jeden sieger und stellt sich vor dass nur jenes würdige die stemmenzahlen er hat er führt einen langen stadt weil er nicht laufen kann und fliegt aus einer tauschigen kleinen lakitu wolke umher super mario obwohl es seine aufgabe ist sieger zu testen scheint es dass er einen guten erfen kannst du nicht so ja vor mechanisch bock ach so schwäche geben würde also babysäule große säule jugendliche säule avatare evo teile jetzt direkt aber diese komischen kack pflanzen hier die sich in jungs ach vergiss den scheiß weiße also wo muss ich denn also ich muss ja wie bin ich den eigentlichen gegangen um ich weiß ich war ja hier obwohl ich könnte hier mal ich könnte hier mal weil ich ja normalerweise legal einsehen nachher kommt auch an so höhe so auf jeden fall so ich muss ja erstmal so ich habe auch level 15 ich habe schon längst aber ich habe davor nicht gemerkt dass da schon eine meldung in der markierung war hier noch was anderes ne reiche level 100 haltet er nur später quinn quinn urteil barrasalisch das ist die ganz schlauen so auf jeden fall um sicherzustehen dass ich komme also im übertragenen sinne ich muss ja erst mal genau ich muss ja aber wie kommen wir habe ich jetzt damit geschafft dass ich also ich muss ja hier noch das heißt ich muss ich mache ich das ich muss also ich gehe hier aber es ist hier nach unten und ist hier naja gut dann kann ich alles beschädigungstherapie ja dieser pflanzen hier auseinander ficken hier man die haben aber auch einen mcdonalds hunger mir kommt mein mcdoof oder so mach das bin zu faul für ihn ich such dir aus ich habe mich darum gebeten ich habe dich mal echt nicht um den kampf gebeten aber ich habe dich mal echt nicht um den kampf gebeten aber ich habe dich ja hey guck mal ein tolles blauhaarisch man wie bescheid ihr aussieht sagen wir sie ein bisschen mobben mobbing so die mama geil sucht die oma geil und ist mir auch scheißegal ja jo lobby kowski jo 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 ja 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 so weil ich mich mal kurz so weißt du wart manchmal hast nicht das so also ich bin hier nach unten und hier und da so den anderen macht hier ich gehe schon mal vor oben hier so ach so ich muss ja ach so ja gut dann ist das schon mal richtig da oben scheiße ist ja willkommen ich habe ich habe ich habe wieder vergessen wo ich bin ich die muss ja nicht damit ich damit ich hier ach so so jetzt weiß ich das so auf jeden fall das ist das für eine lauftherapie hier weil ich hatte drei milliarden kilometer laufen und feste stehen dass hier in der falschen schüler bekommen mal ein gott was ist das für eine kackwurst scheiße hier guck dir an so scheiße mit der neuer welchen typen hier so so ich bin hier und wie komme ich wie habe ich das damit geschafft hat ich hier noch wie habe ich das schon mal geschafft dass ich hier noch toll so er muss ja war hier das immer so hässliche verstecke hier ist es ist einfach nur laufen 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 im parcours jeweils sind Jürgen 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 das habe ich mir neu gemerkt und hier kackflinzen hier speichern so eine stunde 52 leute aufnahme schon ich hatte mal vielleicht auch nur aus zeitlichen gründen weil ich irgendwie nicht so richtig bock habe weil diese kreis scheiße hier diese er hat mir so irgendwie weiß ich werde auf youtube mal gucken leute intelligenter sind also ich mal gucken muss die zu sagen haben na und dann würde ich das nächste aufwärm lösen privat mal ein bisschen rumprobieren und dann mal gucken wie ich da vorankomme also ich werde erstmal wieder mal ausnahmsweise nur zwei stunden zwischen machen nicht drei stunden wie immer war so üblich und ich war etwa das hier und dann weiter ich hoffe ich könnte auch naken drunter machen naja es gibt keine haie ich habe die vergangenheit ich habe die verwendung schon vorwärts abgeschrieben dann lassen wir mal in die zäule umstehen zahlwischen die feldelle in der maschine auf ich bin mit mika kick in den bilden möchte ich nie in der d und blau und blub ich probiere zumindest mal aus ich bin auch ganz anders ich kann auch eine ganz tiefe stimme anschlagen ich gebe dir einen kleinen überblick ich weiß nicht wie viele oktaven meine stimme hat ist aber auch nicht egal wenn ich mich so eine stimme hier rein kann wir haben für uns ein neues verbrechertes krester extra herr gerät wo sich vor nach Daniel diesen treib an ich werde das natürlich auch nicht da brechen pro kommt nur als in Luft raus wo standen Wieso werden wir diese Extraktion Hallen mit Monsterballonschen, die dann Anker von sich getriggert fühlen? Von dir, weil du so aus wie du aussiehst. Hübsch Andy, der Pfad wird halt wütend, nicht? Wie auch immer, du wirst das Ding beschissen müssen. Wie müssen? Kannst du das nicht selber machen? Kauf dir ne AK47 und baller sie ab. Diesmal allerdings werden die Schlauen aus beiden Richtungen angerufen. Also in vorne und hinten wollen sie sich nehmen. Du verstehst, wo sie meine. Also gleichzeitig. So. Alle Löcher mit Betonstopfen. So. Und Zement. Das Zement macht dich dement. So. Der Zement. Egal der Sprache, schwere Sprache. Um zu merken und wieder unser Kunstgefüß zu nutzen. Du musst hier ein paar Mal treffen. Ja, das kennen wir doch alle schon. Blau und Blob. Dormian und so. Nun, das blühen sich das nicht. Nein, das hab was ich kenn' nur. Hm. Jo. Kann man denn eigentlich schon vorher? Immer so gefragt. Nö. Ich hab. Genau. Da kommen nur Computergeräusche aus. Warum das hier? Wenn wir erfahren. Ja. Ja. Also gut. In einer Sekunde. Eine Sekunde. brauche ich nicht. Ich habe ja nie히 guards. Geist aufst geringes Amen. Ho唉 geist aufgHHH abtun ja sierd 1 1 1 husband Äh, fliegt eine Sorte. Hä? Mhm. Ähm. Hä? Hä? Ich kann dir nicht mal dagegen laufen Wie bin ich denn da rüber gehüpft? Ich kann dir nicht mal rüber hüpfen Löwe So Hä? Hm 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 Hm? So? So? Hä? Es kommt was Bier, es kommt was So? So? Hä? Mann, scheiß Kamera. Mann. Hallo. Overloaded. Mein Gott. Jo. 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 Ich werde mich nicht mehr machen. Jo, ich werde hier mal... Oh mein Gott. Ich werde mich nicht mehr machen. Ja, ich werde mich nicht mehr machen. Oh. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da hier los ist. Oh, wir haben es fast geschafft. Wie, was geschafft? Das ist alles total random, was ich hier mache. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich mache einfach. Ich möchte mich mal suchen. Keine Ahnung, was ich hier mache. Ich habe echt null Ahnung, was ich hier eigentlich gerade mache. Ich freue mich mal ein Brötchen. Ich hoffe, ich werde mich nicht mehr machen. Ch serio? Yo. ich habe null ahnung was ich hier eigentlich immer welchen lässt den angriff ich hasse solche zwangsbeschäftigungstherapien wo kommt was ja wie gehe ich denn eigentlich ich weiß nicht vor lauter action sehe ich nicht wo der cursor ist so 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 und so 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 da so 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 nah so 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 okay Vielen Dank.